Das Joint Band ist wie das Lehm, die Dosis macht es aus, wenn du eine Überdosis Lehm gibst, verreckst und wenn du zu wenig gibst, dann verreckst du auch, du musst genau das Mittelmeister wischen und dann musst du es genießen, genau wie das Lehm. Manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, dass endlich passiert ist, ja alles ist vorbei, dass die Welt nimmer steht und dass keiner mehr lebt, dass kein Vogel, kein Käfer, kein Grashalm mehr gibt. Manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, dass sich keiner mehr wehrt, muss ja nicht sein, dass keiner mehr aufsteht, bloß ergeben und starr, und ich so bin wie mein Vater mal war, manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, dass ich arbeit und buckel, nicht froh bin und frei, mich mit 65 hinleg und wart bis ich stirb und meine Kinder bloß wissen wollen, was sie mal kriegen. Manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, dass ich alles, was mir gesagt wird, gleich glaub und nie schrei, dass ich im Erdingermost raus den Flughafen baue und jeden Tag mehr unsere Landschaft versau. Manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, obwohl ich nix hier höre ich trotzdem wenn ich schreie und obwohl ich nix rieche, rieche ich trotzdem den Gestank von Menschen, die es umgebracht haben in unserem Land. Manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, dass ich mit allen anderen Knacken raus schreie und dass die Leute, die mir 20 Jahre meinen Dreh weggenäumt haben, auf einmal nur nur Abschaum und Luft für mich sind. Manchmal wenn ich aufwach, dann bult ich mir ein, dass ich mit meinen Kindern nicht red, sondern schreie, dass ich eher noch lernen, wie man es schön tut und kriecht, bis meine Bub seine Kinder ganz genauso erzeugt. Ja und manchmal wenn ich aufwach, dann wünsche ich mir so, dass mir jemand die Angst nimmt, die Angst vor dem Tag oder dass mir irgendwer sagt, dass das alles nicht stimmt, was ich jeden Tag wieder mit eigenen Augen sieg. Ich mag es eigentlich bloß sagen können, ob ich jetzt da 20 Jahre sind oder 2000, natürlich wenn ich ein Konzert habe, wo sie immer in den Stühlen drin sind, mittlerweile geht es mir nicht mehr am Arsch vorbei, ob ich jetzt da bloß 20 Jahre sitzen. Aber selbst wenn nur 20 Jahre da sitzen würden, dann wäre ich halt nicht die Kassel-Ruter-Spatzen, die dann sagen, ja das sagen wir ab, sondern ich würde halt vor denen 20 Jahre spielen, weil ich mir sage, das was ich zu sagen habe, das kann ich auch vor 20 Jahre sagen. Und das ist vielleicht halt, ja das ist es halt, dass ich etwas zu sagen habe einfach. Ich denke mir halt, ich werde in die Tradition der Geschichtenerzähler einsteigen, die hat es immer schon gegeben. Die wandern in Afrika von einem Dorf zum anderen und die sind bei uns auch von einem Dorf zum anderen gewandert. Die sind gekommen, dann sind sie beim Wirt gesessen und alles war statt, wenn die zum Erzählen angefangen haben. Und so war es halt bei mir auch von Anfang an. Das geschieht! Das ist gut! Gerne es. Schauen wir, ob es was bringt und je nachdem verlangen wir. Eine japanische Flotte, draußen auf dem Meer, treibt hunderttausende Elfine vor sich her. Sie treiben es zum Strand, bis zu uns hört man es schreien, wenn sie ihn nicht weich aufschlitzen und die Köpfe aberschneien. Es soll die Knie stingen, sind Blut, das Wasser brodelt und dampft das ganze Meer, bäumt sich auf in einem Todeskampf. An Luther haben sie geschossen, am Regen geht's gut, der Busch bastelt Bomben und die Welt schaut zu. Aber für ihn war das ein Tag wie jeder andere, da ist er aufgestanden um sieben in der Früh. Er hat sich gewaschen und kein Bett und die Zähne hat er sich geputzt und danach ist er in die Arbeit spaziert. Auf dem Buckel haben sie sich dreht, so trocknen sie aus, sie wackeln und zappen und ihre Augen reißen sie auf. Mit einem Hacke schlagen sie gerne bei lebendigem Leib am Panzer auseinander und sie lachen noch dabei. Hät er mehr auf der Straße, kleine Kinder, die spielen und ein Tourist, der sich unbedingt ein Kettenkaffer will. An Luther haben sie geschossen, am Hussein geht's gut, der Kohl legt weiter und die Welt hört zu. Aber für ihn war das ein Tag wie jeder andere, da ist er aufgestanden um sieben in der Früh. Er hat sich gewaschen und kein Bett und die Zähne hat er sich geputzt und danach ist er in die Arbeit spaziert. Muttersägenklappern, Holz splittert und kracht, alle 20 Sekunden, einer und das Tag und Nacht. Ein Gebiet so groß wie Bayern in 24 Stunden, gestern war's ein Wald, heute ist Wüste und Sand. 600 Jahre hat er gebraucht bis er so groß gewesen ist, in ein paar Stunden war's ein Kastl, zwei Stühle und ein Tisch. Angel Kennedy haben sie umgebracht, am Papst geht's gut, der Weizsäcker vergift uns und die Welt schaut zu. Aber für ihn war das ein Tag wie jeder andere, da ist er aufgestanden um sieben in der Früh. Er hat sich gewaschen und kein Bett und die Zähne hat er sich geputzt und danach ist er in die Arbeit spaziert. Er kommt um 8 Uhr von der Arbeit heim, trägt und müht. Der Chef hat ihn gefickt, er greift nach seinem ersten Bier, sucht die Kinder und er findet's im Kinderzimmer tot. Die Gurgel durchgeschnitten, das ganze Zimmer war rot. Seine Frau hängt im Speicher, die Tochter hängt dabei, er steht fastungslos davor, er kann nicht einmal schreien. Ein kleines Schüttel um ihren Hals, ein paar Zeilen hat sie noch geschrieben. Sie hat so Angst vor der Zukunft und kann nicht mehr leben. Aber für mich war das ein Tag wie jeder andere, da bin ich aufgestanden um sieben in der Früh. Ich hab mich gewaschen und kein Bett und die Zähne hab ich mir geputzt und danach bin ich in die Arbeit spaziert. Ja für uns alle war's ein Tag wie jeder andere, da sind wir aufgestanden um sieben in der Früh. Wir haben uns gewaschen und kein Bett und die Zähne haben wir uns geputzt und danach sind wir in die Arbeit spaziert. Das filmt sie jetzt schnell. Wenn man hier einen Kaffee macht, die Leute wissen, wie sie da selber einen Kaffee macht. Macht einen Mietfilter oder ohne Filter, schickt alles zusammen auf den Miet-Satz oder ohne Satz. In so einem kleinen Ort und in so einer kleinen Schule hat man die Kinder von der ersten bis jetzt nicht mehr, aber damals bis zur achten Klasse. Und ich hab damals den Sport gegeben und da war ich natürlich mit ihm immer beieinander. Dazu muss man sagen, er war nicht so auffällig. Er war ein ganz gewöhnlicher Bub, was er immer hatte. Eine ausgezeichnete Stimme und ein ausgezeichnetes Gehör. Er konnte sofort jedes Lied aufnehmen und fehlerfrei nachsingen. Er war einer, der die Stimme halten konnte, die man also sehr gut für mehrstimmigen Gesang brauchen konnte. Er war einer, der im Kanon nie umwarf, an den sich die anderen einhalten konnten. Und einer, der sehr gern sich traut hat, da steige ich rauf und singe. Auch wenn er es noch gar nicht so gut gekundet hat. Er hat sich, bei der Städte muss sagen, nichts geschissen. Er hat also wirklich, hat man damals schon gemerkt, Angst hat er keine. Da ist er schon der Hansi. Das ist wohl in der zweiten Klasse. Ich war einmal eine Zeit lang ein Buur von meinen Alten. Dann war ich einmal eine Zeit lang der Lehrling von ein paar Küchenchefs. Dann war ich einmal eine Zeit lang Mechaniker. Dann war ich einmal eine Zeit lang Arbeitslos. Dann war ich einmal eine Zeit lang ... Weiß ich nicht, du willst, bin ich wahrscheinlich eine Zeit lang Liedermacher oder was weiß ich was. Dann bin ich eine Zeit lang Rentner und dann bin ich eine Zeit lang tot. Das ist gleich unmächtig, du. Das ist gleich so der Schrucker, die Arme. Ich habe halt am Anfang ein bisschen da geschaut, weil ich gesagt, er hört wie schade. Er hat immer gesagt, das bringt doch eh nichts, das ist super. Er hat gesagt, Mensch, jetzt hast du Koch gelernt, hast Mechaniker gelernt, überall hast du wirklich gut gearbeitet, überall haben sie dich gerne mögen. Mensch, jetzt schmeißt du dir deinen Beruf hin. Er hat mir redet oder so, gell. Wie ist er hier denn? Ah, sagt Papa, mein Gott. Sagt er, das musst du mir überlassen, sagt er. Sagt er, mir ist gleich was du machst. Aber schau bloß. Schau bloß, habe ich gesagt, dass du nicht untergehst, eventuell mit deinem Blödsinn, was du machst. Ich habe aber gesagt, das ist vielleicht der Anfang ein Blödsinn, gell. Aber jetzt natürlich, weil er halt doch ein bisschen ... Damals hat es ja für nichts Geld gegeben. Und wenn er also tatsächlich gesagt hätte zu seinem Vater, du kauf mir eine Ziehharmonika oder beispielsweise eine Gitarre, dann hätte er gesagt, wahrscheinlich du spinnst wohl oder so. Und erst im Nachgang wäre er gekommen, ich habe kein Geld. Und dann, wenn er das Ding gehabt hätte, dann hätte ihm keiner ... Na, da wäre sein Vater nicht in der Lage gewesen, da sechs oder zehn Mark, was damals eine Stunde gekostet hat, zu geben. Und so wie er sind, wäre es wahrscheinlich sogar falsch gewesen. Es war damals schon so, dass ... Ich sage mal, dass auch Musikervorrecht der Wohlhabenden war. Erstens hatten die die Instrumente und zweitens hatten die auch das Geld, das den Lehrer zahlen konnten. Einzige Instrumente, die man bei uns lernen konnte, war also auch wieder bei dem Prachtenverein. Die hatten ein oder zwei Ziehharmonikas, die sich immer brachten zum Schubleitl spielen. Und da hätte er vielleicht eine geliehen bekommen. Aber eher mit seinem Verhalten, dem hätte man wahrscheinlich auch keine geliehen. Ich hätte mir gar nicht gewusst, bringt er es wieder zurück. Wie geht's? Ja. Ich nehme dir meine Post hier, gell? Ja. Okay, alles klar. Alles klar. Entschuldigung. Entschuldigung. Von meiner Firma Rechnung, was habe ich mitgebracht? Das da? Ja. Von dem Zeug vorne? Ja. Ja, okay. Alles klar. Danke. Bitte. Was machst du heute? Ich habe einen Schrank beim Ingrid fertig gemacht. Achso. Ingrid hat es schon angerufen, aber ich habe wirklich geschlafen. Gestern ist es so spät geworden. Schau her, das ist der Robert. Das ist der Robert und das bin ich. Das ist der Linke. Und der Recht ist mein Bruder. So eine richtige Ahnen-Galerie, habe ich da. Wir waren halt die Seine, verstehst du? Das ist so ähnlich wie, unser Haus da, das war halt praktisch die Staffenbrück von Weißbach. Also, der Alztal Staffenbrück ist praktisch das Kloster im Viertel von Reigenhall. Das ist praktisch Slum-mäßig. Und so wie es halt in jeder Familie einen Bläden gibt. Oder einer, auf den es halt abgewälzt wird. Und einer ist halt der Dumm oder was. So gibt es halt auch in einem Staatssystem die Bläden, die für alles verantwortlich gemacht werden. Und so. Und da waren halt praktisch wir in dem Dorf. Wir waren praktisch die Staffenbrück. Wir waren so das Lamm. Gerade, dass wir in den Garten zum Scheiß rausgegangen sind. Aber wir waren halt so die Seine. Wir waren halt die Seine. Wir waren nicht die Seine. Wir waren nicht Örtbäum-Söllner. Die sind da drauf. Die Seine waren wir halt. Das ist okay. Das sag ich mir. Verstehst du? Das ist okay. Ich bin eh lieber der Seine. Und bevor ich gar nichts bin. Ach dies. Ich geh dann runter. Michi? Okay. Du bist klar, oder? Einerseits geht es halt um das Argument, dass sonst immer hinten dran sind. Ja. Und da haben sie echt ein Problem, die Essreiche, gell? Ja, ja. Weil sie sich mit Fortschritt und Entwickeln und so… Da haben sie einen Minderwertigkeitskomplex. Da ist es nicht schlecht, wenn du hinten dran bist. Ich bin gern hinten dran. Du sagst es gar nicht. Dabei fährst du immer als Erster voraus. Das ist doch unlogisch. Ich bin gern hinten. Ja, ja. Droh. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja, mein Schatzkinder, das ist aber alles eine Sache. Das ist, weil alles so einfach mit dem Auto. Verstehst du? Das ist halt irgendwie ein riesen Anblick hier. Ja, eben. Das Gebirge ist hier. Das ist das Gebirge. Da hätte ich schon gar nicht über das Gebirge gefangen. Ja, ja. Eine Frau bringt grad ein Kind auf, weil eine Kind ist gar nicht 무�i, und vom ersten Tag weg wird es mal trittiert. Zigaretten drücken sie aus auf ihren. Ein kleiner Finger bricht und kein gutes Wort hat es gehörtes. Eine Frau möchte gerne ein Kind abtreiben, weil sie kein Kind brauchen kann, aber ein alter Mann bestimmt, das Kind kommt auf die Welt. Bestimmt war die Entscheidung nicht leicht, aber ein alter Mann sagt es heute, Kinder kosten ein Geld. Ein alter Mann sagt es heute, Kinder kosten ein Geld. Er hat sich so ein schönes Haus gebaut, so lange hat er gespart, und über Nacht haben sie ihm einfach genommen, was ihm gehört. Jetzt gehört der Bank sein Haus, und er, der Depp, kann Mieten nicht mehr zahlen, und der Bank ist scheißegal, ob's du frierst. Und der Bank ist auch egal, ob deine Kinder Hunger haben, und der Bank ist scheißegal, ob's du an Arbeit hast. Am liebsten noch wär's der Bank, wenn's dich umbringst, weil dann die Bank keinen Ärger mehr mit dir hat. Ja, weil dann die Bank keinen Ärger mehr mit dir hat. Und auf der ganzen Welt ist krieg, jetzt tu endlich was dagegen. Für das Hamstischl ist nicht gewählt, ein Haufen Geld haben wir da gegeben. Auf der ganzen Welt werden die Leute abgeschlacht, alle haben wir gespendet. Du bist da, weil Väter waren verhungert, sind sie da getrennt. Jetzt hab ich so lang zugeschaut, und so lang hab ich gewartet, dass irgendein kleines Zeichen kommt von euch. Und ein bisserl mehr Respekt hätt ich eigentlich schon von euch erwartet. Hungrig haben wir gwen, aber euch war's total gleich. Die Nazis sind noch mehr geworden, heut liegt's ist noch weg und schaut euch noch um. Krieg ist im Land, noch mehr Polizei, noch mehr Gewalt. Aber ihr habt's a Party feiern müssen letzte Nacht, hey. Noch mehr Polizei, ja noch mehr Gewalt. Aber ihr habt's a Party feiern müssen letzte Nacht. Ja, ihr habt's a Party gefeiert, die letzte Nacht. Und auf der ganzen Welt ist's krieg, tu endlich was da gehen. Für das haben's Tischl ist nicht gewählt, ein Haufen Geld haben wir da gegeben. Auf der ganzen Welt werden die Leute abgeschlacht, alle haben wir gespendet. Ja, du bist alle, weil Väter waren verhungert, sind's da drin. Auf der ganzen Welt sterben 40.000 Kinder jeden Tag. Aber du gehst bloß in die Kirche, damit der Papst was zum Fressen hat. Auf der ganzen Welt verfault grad, was die Welt nicht erfressen kann. Aber ihr habt's euch eine Flüge grad für den Irak-Krieg gebraucht. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt ist ein Krieg. Auf der ganzen Welt. Und morgen spielen wir in Neuenkirchen, der Mann mit dem Zopf, ja was. Und dann kann man halt langsam schön wieder warm, bis wir in Selbstmord sind. Super. Ja, okay. Ich wünsch dir. Tschau, tschau. Bis aufpassen. Klar, dir gleich. Tschüss. Tschüss. Tschau. Tschau. Man versucht aber irgendwelche Schlüsselerlebnisse oder irgendwelche Momente aufzudecken, wo ich mich entschieden habe, dass ich als Liedermacher wäre. Also ich kann es nur ganz ehrlich sagen, ich habe mich entschieden, dass ich nicht viel arbeite in meinem Leben. Das war meine einzige gute Entscheidung, die ich damals getroffen habe. Dadurch habe ich viel Zeit gehabt für mich. Dadurch habe ich viel mit mir zu tun gehabt. Dadurch habe ich nicht meine Zeit verblendet für andere Leute, die mir halt, weiß ich nicht, 12 oder 15 Mark in der Stunde gegeben haben, für das, dass ich meine Zeit... Ich bin halt viel Zeit mit mir unterwegs gewesen. Ob ich jetzt an der Isar oder irgendwo. Ich habe halt immer wahnsinnig viel mit mir zum Dorf gehabt. Vielleicht ist das gewesen. Dass ich halt einfach meinen Weg gesehen habe und ich habe gesagt, du musst mir bloß noch drauf tun. Und die anderen senken und stehen halt da. Also das ist halt einfach... Ich bin halt einfach gegangen. Sie sind nur in deinem Windschatten gefahren. Ja, ja genau. Ich habe gedacht, dass du dich gesehen hast. Ich habe immer die Hote-Tür ja nicht zugegeben. Ich habe meinen Lamborghini gefangen. Ich habe einen Lamborghini gefangen. Ich habe einen Lamborghini gefangen. Oh, das ist schade. Ich habe mich schon mal auf. Ich muss mich mal einschauen, dass das meistens zum Zug geht. Ich habe wieder öffelt. Vergeht drauf, du. Wo? Von da? Da? Alter. Ohje. 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 Zwei Buben aus einem guten Elternhaus zünden einen Penner an. Dann schalten sie einen Neu-Walk-Mens ein, ganz glücklich sind sie und froh. Ein Mensch krümmt sich vor Schmerzen, ein Mund geht auf und schreit. Aber da dritten fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Ja, da dritten fährt die Polizei zum ersten Mal vorbei. Zwei Glatzköpfe in einer dunklen Straße, der Albaner geht von der Arbeit heim. Er freut sich jetzt auf seine Kinder, seine Frau macht ihnen bestimmt gerade das Essen warm. Eine Putzkolonne verwischt alle Spuren, er war zum Schluss bloß noch blutiger Brei. Aber da dritten fährt die Polizei zum zweiten Mal vorbei. Am Schulhof steht der brave Onkel, der allweil was Gutes hat. Und weil sie nix über Drogen wissen, kaufen sie ihm alles ab. Ein Vater findet sein Buben am Scheißhaus und keiner war dabei. Aber da dritten, ja da fährt die Polizei zum dritten Mal vorbei. Dort drunten fährt die Polizei zum dritten Mal vorbei. Die Polizei zum dritten Mal vorbei. Ein kleines Kind wird vergewaltigt, ein alter Mann fickt es langsam tot. Ein Kameramann verdient einen Haufen Geld und seine weißen Lackschuhe sind ganz rot. Sie schlachten ihre eigenen Kinder, sie gehen neben uns und alle sind frei. Aber da draußen fährt die Polizei zum vierten Mal vorbei. Ja da draußen, da fährt die Polizei zum vierten Mal vorbei. Ich steh im Mingertrum vorm Saturnhansa, möchte mir die neue Pop-Filmplatten holen. Ich steig aus und ich sperr mein Tier zu, ein paar Minuten, ich bin eh gleich wieder da. Da packt mich irgendwie am Arm, ich drehe mich um und mit 30 Mark war ich dabei. Es gäbe so viele wichtige Sachen zu machen, aber an mir kommen sie nicht vorbei. Es gäbe so viele wichtige Sachen zu machen, aber an mir kommen sie nicht vorbei. Und darum möchte ich euch heute sagen, das Einzige, was wir noch haben, den einzigen Vorteil, den wir noch haben, gegenüber Denny Todromann, das ist der, dass wir zusammenhalten können. Und wir müssen Denny Todromann vormachen, dass es auf dieser Welt nur eine Chance gibt für uns, wenn wir wirklich zusammenhalten. Wenn wir endlich einmal sehen, dass alle Menschen auf dieser Welt gleich sind. Egal was für einen Glauben das haben, egal was für einen Hauptfaktor das haben, egal wo sie herkommen. Die Welt gehört uns alle. Die Welt gehört uns alle. Und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Hey Stadt, 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 heute sag dir ich einmal, was ich alles mache für dich. Hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, und dann sag du mir einmal, was du alles machst für mich. Nein, wir sollten wirklich, ein bisschen kleiner denken einfach, wirklich, wir sollten unsere Großstädte aufteilen. Es soll einen Ansprechpartner geben, es soll einen geben, der gut organisieren kann, das kann jeder, jeder, es soll einen geben, der gut einteilen kann, es soll einen geben, der gut reden kann, der halt dann sagt, okay, er ruft sich halt umeinander und sagt, wann habt ihr denn alle Zeit, wir müssen dann mal ein bisschen miteinander reden, wie wir das jetzt machen oder so, und dann triffst du dich halt am Samstag, dann ist halt von dem Frau da und von dem ist der Mann da oder irgendwas, verstehst du, und dann wird da drüber geredet und dann, wer kann was machen, wer hat wann Zeit, wer hat wie viel Geld, wer steckt Arbeitszeit rein, wer gibt Geld her, wo kriegen wir die Bahn her, wo kriegen wir das her, was gehen wir hin als Prämekästen, welche Farben wir jetzt gerne haben, so einfach das. Ja, diese Art Selbstverwaltung, wo du das Gefühl hast, du hast wirklich was da für dich und nicht für irgendeinen Arschloch. He Start, 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 he Start für mich. Ich geh in die Schule und lerne bloß das, was du glaubst, dass ich wissen muss. Ob mich das interessiert, das interessiert dich nicht, das ist dir total wurscht. Von Anfang an probierst du nichts anderes, als dass du mich hinbirgst, wie du mich brauchst. Ich lass mir das gefallen, weil ich mir denk, du wirst schon wissen, was du da magst. Dann geh in die Arbeit und ich bugle 8 Stunden lang jeden Tag meinen Scheißjob und von dem Geld, das ich verdiene, ziehst du sofort 2 Drittel, ziehst du mal. Und die paar Marken, die immer noch bleiben, gehen drauf, ich wohne und Gas und Flucht. Und ich mach Schulden auf der Bank, dass meine Kinder nicht erfrieren. Jetzt auf geht's. Wenn ich allein bin, und die meisten Leute auf der Welt sind allein, ich kann mich jetzt wirklich als einzelner Mensch um den Blärmietopf besser kümmern, als um den ganzen Garten. Europa oder Deutschland ist unverwaltbar im Grunde genommen für mich, die auf einer menschlichen Basis unverwaltbar. Es geht die Menschlichkeit immer dabei drauf, weil du ja wahnsinnig viele Menschen gleich behandeln müsstest eigentlich. Und jetzt ist es halt einmal so, dass es auf der Welt 5 Milliarden gibt. Und jeder denkt anders. Wenn wir unsere Städte aufteilen und wir geben den Leuten ein bisschen mehr Verantwortung mit, und sagen ihnen, das gehört euch jetzt, passt, aber ihr müsst euch halt einfach, ihr könnt es nicht einfach versüffen lassen. Ihr könnt es nicht, also Ghettos entstehen ja nur dadurch, dass irgendwas hingestellt wird, was wahnsinnig monoton und eintönig ist, aber wo halt der, der da rein muss in das Ghetto auch weiß, das gehört mir alles nicht. Und die meisten glauben ja, es ist alles nur vorübergehend. Darum kümmern sie sich ihren Scheißdick. Darum habe ich ihre Wasserhände tropfen oder nicht. Ob jetzt der Fensterstock ausgefault, weil er immer noch glaubt, irgendwann einmal komme ich da raus. Wenn er weiß, er bleibt da drin und sie schenken ihm das. Verstehst? Und sagen, du kannst damit machen, was du magst. Verstehst? Nur du musst darauf aufpassen. Da hast du deine Besitzurkunde, das gehört dir jetzt. Verstehst? Dann fällt ihm kein Fensterstock raus. Dann wird ihm kein Dach undicht. Dann tropft kein Wasserhahn. Dann passt das selber auf, dass das so ist. Und darum finde ich halt, dass dieser Zusammenschluss von vielen Ländern, im Grunde genommen, es mag schon sein, dass es für diesen Apparat oder für das, was sie vorhaben an Verwaltung angenehmer ist, weil es ja jetzt Computertechnik gibt und da ist alles drinnen und da sind die Straßen und da wohnt der und da wohnt der. Aber für den Menschen selber bleibt ja immer nur bloß der Prämietopf, in dem er wohnt. Normalerweise gehören dann alle Grenzen auf der ganzen Welt aufgehoben. Verstehst? Aber jeder Mensch sollte irgendwas haben, was ihm gehört, wo er sich darum kümmern kann, wo er sagt, das ist meine Verantwortung. Und das ist das Schöne und das macht den Menschen aus, dass er sich ja wirklich verantwortungsvoll um irgendwas kümmern kann. Aber er kann es halt leider Gottes nur um das, was ihm gehört. Schreibst du mir meine Kleidung vor meinen Haarschnitt? Schreibst du mir meine Bildung vor meinen Job? So kann mein Glauben schreibst du auf eine Deppzell und ernähren auch einen Gott? Er bloß mit dem Finger auf mich zeigte, sollte er respektieren und ehren, den der ganze Völk ausgerott hat oder mit Drogen bekehrt. Kauf deine Drogen, Bier und Schnaps, aber du beschimpfst mich, wenn ich mich nicht. Du diskriminierst mich, weil ich rauche. Du musst Staat sein, du verdienst. Durch Leute wie mich gehst. Dir doch gut, du müsstest eigentlich dankbar sein dafür, dass wir die zahlen für deine Geschwafel, für deine Beleidigung und Lügen. Hey Staat, hey Staat, hey Staat! Die Größe war immer unverwaltbar, große Reiche sind immer eingegangen, ob das das römische Reich war oder das griechische Reich oder was weiß ich, was für Reiche das gegeben hat oder das dritte Reich oder was weiß ich was auch immer. Es war unverwaltbar, wenn immer irgendwelche Idioten gemeint haben, sie müssen alles in einem Haus zentralisieren und dann müssen sie von dort aus alle Fäden ziehen. Das geht nicht, weil die Fäden da in dem Haus kann keiner ziehen, die ziehe nur ich. Wenn überhaupt irgendjemand Fäden zieht, dann bin ich der Fäden ziehe von dem Haus. Sie können mir wohl, wenn sie mit dem Flieger drüberfliegen, sagen, hey da ist eine Solarzelle, ist das überhaupt zu genehmigt und dann können sie kommen und sagen, sie haben da eine Solarzelle auf und dachte, das ist genehmigungspflichtig. Ja dann sage ich, ja dann genehmigst du das halt. Ich bin jetzt schlecht für deine Töchter, hey Stadt, du schaumst dich von anderen Leuten für mich. Du nennst mich aus sozial und dumm sei bloß froh, dass es nur so blöde gibt. Nur durch die blöden Konsolen, die Schleimer, die sich mir beschweren und die, die die Hände vor den Mund halten, wenn sie miteinander reden. Ich hab mich 30 Jahre anders gehalten, hey Stadt, und ich hab gemacht, was du mir sagst. Aber nicht einmal, du hast Dankeschön, du hast Dankeschön zu mir gesagt. Und jetzt will ich aufstehen und mich wehren, weil ich finde, dass es endlich einmal langt. Da nimmst du mir ein Grattler und Verbrecher, am liebsten stehst du mich an die Wand. Du stehst mich an die Wand, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt. Hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, sag du mir auch mal, was du alles machst für mich. Noamal, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt, Heid sag dir I amal, was ich alles mach für dich. Hei Stadt, hey Stadt, hey Stadt, hey Stadt und dann sag du mir mal, was du alles machst für mich. Aber heit gell, ja heit he. Schaut es euch umher. Heute sitzen wir hier drinnen und da sehen wir blowing in den Wind. Ein paar hundert Leute sitzen heute hier drinnen, die alle für den Frieden sind, oder? Hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat! Schau doch mal her, hey Staat! Ein paar hundert, die dir heute hier drinnen zeigen, dass sie friedlich gehen mit Hirn. Aber im Fernsehen, da zeigst du ein paar Glatzköpfe, die irgendwo randalieren. Du zeigst Chaoten, hey Staat. Ja, du zeigst wie Pflastersteinerfliegen. Du zeigst nicht die Typen, die zum Schutz vor deinen Polizisten stehen und sie rühren. Und ich schau mich heute noch für die Leute, die auf der Startbahn draußen geschossen haben, hey Staat. Aber du magst, dass jeder glaubt, dass wir alle ja so sind, dass wir alle ja so sind. Hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat, hey Staat. Heute sag dir immer, was ich alles mag für dich. Ein bisschen lauter, Leute. Hey Staat, hey Staat, hey Staat. Und dann sag du mir mal, was du alles magst für mich. Schau'n du dir auch mal, was ein Staat vielleicht für die kleinen Kinder, die gerade sterben. An Leukämie und für die Eltern, die daneben sitzen und ihre Hände halten und rühren. Deine Zeit ist um und meine Augen für mich, hey. Für mich geh ich nicht da raus. Mein Bub hat 60 Jahre vor sich. Und ich tue alles, dass er das schafft. Du bist kein Vorbild mehr für mich, hey Staat. Du hast dich rausgefressen vom Geld. Dieser anderer sauschwar verdient. Und sogar am Hunger von der Welt hast du deinen Spaß und deinen Profit, womit du deinen Völkermord betreibst. Hey Mann, für das, was du da machst auf der Welt, hat dich von uns keiner gewählt. Hat dich von uns keiner gewählt. Hey Staat, Hey Staat, Hey Staat, Hey Staat, Hey Staat, Hey Staat, Heute sag dir ich mal. Du einmal. Hey Staat, Hey Staat, Hey Staat, Each Staat, Heute sag dir ich mal, was ich alles mag für dich. Ja und dann Hay Staat. Ja und DANN Hey Staat, dann sagt er ich einmal, was du es bist für mich. Das war halt für mich ein Wahnsinn, wenn man miteinander einfach nur redet, wenn man sich vertrackt und wenn man sich nicht neidisch ist um irgendwas, weil der andere, er hat es halt einmal ein bisschen besser können. Und ich finde aber wirklich, die Wurzel allen Übels ist, fangt an, wo der Neid dazukommt. Also in dem Moment, wo ich irgendjemandem um etwas neidisch bin, kann ich schon nicht mehr, wie sagt man, menschlich denken. Weil ja im Grunde genommen ein einziger Gedanke in meinem Kopf beherrscht, das ist, ich möchte das auch. Und ich wollte nie etwas. Ich wollte nur einmal meine Ruhe. Amen. Das ist, ich möchte nicht mehr. Irgendwann einmal sind sie gekommen, mit den Hund und den Gewehr, ein wenig Hasch haben sie gesucht, 2-3 Gramm oder mehr, sind sie reingegangen in die Wohnung und die Leute haben sie gescheit geschlagen, aber keiner hat irgendeinen anderen Verrohn. Ja, dann sind sie halt wieder gegangen mit den Hund und den Gewehr, und wenn sie noch so oft kämen, aber an unser Gras gehen wir nicht her, ist auch ein Wasser für den Durchschaucher, ganz schön für den Kopf. Ich rauche nicht, weil es von Boden ist, ich rauche, weil ich mag. Ich rauche nicht, weil es von Boden ist, ich rauche, weil ich mag. Ja, aber es ist eine geringe Menge, gell. Jetzt haben wir eine geringe Menge her und dann schaue ich mal. Ob ich nachher noch mehr eine geringe Menge brauche. Dann habe ich zwei geringe Mengen gehabt, dann ist es ein bisserl eine weniger geringe Menge. Ich war auch noch mal gearbeitet, ob sie es glaubt oder nicht, aber wenn ich was geraucht habe, da war mir das Arbeiten einfach zu blöd. Dann bin ich runtergegangen an die Isar, schön braun bin ich geworden. Der Chef war kein neues in der Werk, da scheint halt mein so viel Sonn. Gefreit war, dass ich mich nicht gekommen bin, das war. Arbeite ist schwer, acht Stunden jeden Dumpeln, wie 10, 15 Mark, da war ich lieber gleich gar nichts, da war ich doch schön blöd. Ja, da rauche ich mich groß und da arbeite nicht. Ja, da rauche ich mich groß und da arbeite nicht. Ja, da rauche ich mich groß und da arbeite nicht. Lass mich saufen, die Dumpeln, da ziehe ich mal gescheit an. Vergehts gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. Vergehts gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. Ja, da hieß ich übern Auffang, der hat am Misthaufen hint. Sehen Sie Emilia vom Feinsten, da hat eine Frau, da kommt. Der baut einen Ruhm an, die ist ja, der verdammt ganz legal. Seine Hand von mir tun pflanzen, da sind sie gut aufgekommen, die Buben. Da stehen ganz um mich ums Feid und die Ruhm werden bewacht. Und so ein Mann hat grundlos auf einmal ganz laut gelacht. So ist es gewesen. Hey Hans, sitz hier zu mir. Und ziehe ich mal gescheit an, du bist ein Scherler. Und ziehe ich mal gescheit an, du bist ein Scherler. Da geht's gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. Vergehts gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. Vergehts gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. So viel Grünzeug hast du gemacht, wärst du schon wissen für was. Da schauen wir auf dem Balkon, die geht rein, wie schön das Pieren. Ja, das ist was für die Augen, aber ich brauch was für mein Hirn. Ich rauch bloß Marihuana allein, die haben Rahm he brutal. Und ich rauch nicht wie die anderen, ja, ich rauch halt normal. Vergehts gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. Und neben ihm hockt der Strauß mit dem Rau. Und neben ihm hockt der Strauß mit dem Rau. Ja, und dann schau da grad mal so wie der Strauß, schau da so einen nach mir. Und da zieht er wie der Gabel und der Stuhl und der Weidling ins Hofbrecher. Und ich sag der Strauß zu seinem Schiff, hey Chef, schau hin da. Lass auf, fertig, tippen, tut's jeder mal gescheit an. Vergehts gut im Himmel, du bist ein greizbrauer Mann. Das haben wir nicht mehréléments. Und nicht Marihuana oder Hanf die Einstiegsdroge ist, sondern ein halbes Bier. Weil ein halbes Bier kann sich heute ein 12- oder 13-Jähriger schon überall kaufen und bei der halben Bleibzeit meistens nicht. Und dann Mutprobe und so, würf ich es auf der Auf-Ex aus und die erste Alkoholvergiftung. Außerdem kenne ich überhaupt keinen, der schon mal eine Hanfvergiftung gehabt hätte. Ich kann mich gar nicht erinnern. Die optimalste Lebensweise war die, wenn es ganz ohne Drogen geht. Also wirklich völlig ohne Drogen, ohne Alkohol, ohne Gras, ohne irgendwas. Das wäre ein Wahnsinn. Schau, der Pfeifern ein paar, die haben sie schon irgendwo nicht überlassen, verstehst? Das ist immer so, der Pfeifern dann die, die... Verstehst? Das wäre die optimalste. Dass das nicht geht, das weiß ich auch. Aber ich sage nur, das wäre die optimalste Voraussetzung. Warte eh. Und wenn heute einer hier drin ist, der noch nie Drogen genommen hat, dann ist er kein Feigling und keine feige Sau, dann sollte er einfach die Finger davon lassen. Das ist wirklich gescheiter. Wenn aber schon Drogen genommen werden müssen, dann bin ich doch der Meinung, dass wir uns, wie in allen Dingen, das kleinere Übel, all dieser Übel rauszusuchen sollten. Und das ist meiner Meinung nach Marihuana. Sprich, Hanf. Ich rufe ihn nicht zum Missbrauch von Drogen auf. Ich sage keinem 16-Jährigen, dass er rauchen soll. Aber wenn er sich für irgendwelche Drogen entscheidet, sage ich mir, dann soll er sich nicht für Alkohol entscheiden, sondern dann soll er sich wirklich für etwas Natürliches entscheiden. Und was natürlich ist, das ist für mich das, was ich da rausreiß, da aufhltu, zusammenschneid und rauch. Also ich meine, ich fange da nicht zu kramen und dann finde ich irgendwann einmal eine Wurzel, da hängen zwei Erdinger Weißbier dran und dann mache ich es auf und dann schütte ich es in eine Glaslein und dann sage ich, Na ja, wenn ich grobe wieder ein, lasse ich ihn ein bisschen wachsen, dann sind es wieder zwei. Verstehst? Das geht nicht auch. Also das ist für mich einfach nicht, das gehört für mich nicht dazu. Und ich würde nicht drüben, dass ich das Brüßchen und ich würde nicht drüben, dass ich das Brüßchen und ich weiß nicht, was mit meinem Papa passiert. Sein Auto hat er auch schon lange übergewaschen, statt immer alles. Und ich würde nicht drüben, dass ich das Brüßchen und ich würde nicht drüben, dass ich das Brüßchen und ich würde nicht drüben. Ja und auf dieser Sonne gestalt, der Nasenbierde, mein Mathe, der braucht die Wildnis, und er neilig unserem Nachbarn gezockt, und weiter bläht er mit Wunder sein, die Hose der Weißung, und er vernaht er nicht. Wir sollten nicht über Mariana reden, wir sollten über Hanf reden, weil Hanf einfach wirklich sich wahnsinnig ungefährlich anhört. An Hanf, über Hanf, wenn du redest, da denkt jeder an einen Strick. Über Hanf, wenn du redest, vielleicht denkt er nur an irgendwas zum Anziehen, vielleicht denkt er nur an irgendwas zum Draufschreiben, aber er denkt eigentlich nicht an Drogen, wenn du über Hanf redest. Mariana, der Name ist halt einfach wirklich sehr verteufelt worden, und ich glaube, wir sollten einfach wirklich nur über Hanf reden, weil Hanf, mein Gott, der ist bei uns anbaut worden, im Krieg und nach dem Krieg und vor dem Krieg ist er anbaut worden, und Hanf ist in jedem Garten gewachsen, weil sie einen Tafak haben sie nicht anbauen dürfen. Hanf ist immer schon da gewesen. Wenn ich zu meiner Oma gesagt habe, ich habe zwar Marihuana gepflanzt, dann ist es ausgelastet, und wenn ich gesagt habe, ich habe einen Hanf, dann hat es bloß einen Kopf geschüttelt, und hat gesagt, ja, der Papa auch schon. Schluss hat sie es dann doch noch kapiert. Darum wachsen wir jetzt in unserem Rasen, wo der Vorder immer liegt. Und jeden Tag in der Früh sich das flackert, die zwei eingehüllt im Blauen Rauch. Und hier ist der Papa Buh, der war auch noch grüßend. Nein, der eine hat einen Hanf daheim gehabt, dann hat sich eine Strickflucht noch aufgegangen und die laufen zusammen. Ich frag mich, was gescheiter ist. Das ist mein Arbeitszimmer. Da hat mein Opa schon immer gearbeitet. Da hat dann mein Papa gearbeitet und da hab ich gesagt, da arbeitet er auch. So war ich ja immer am Tierwinder-Weltmeister im Hammer werfen, verstehst? Mein Großvater war arbeitslos, mein Vater war arbeitslos. Und mein Vater hat auch gesagt zu mir, wenn du den Hammer siehst, dann schmeiß ihn so weit, wie es geht. Er ist recht lieb. Er ist ein richtiger Lieber natürlicher Tipp eigentlich. Sonst noch irgendwas? Ich hab ihn selber noch nie bei einem Auftritt erlebt, aber man hört ihn oft, wenn er probt oder übt so in der Nacht oder abends und so einen späten Abend so. Setzt er beim Arbeiten in seiner, in seinem Atelier oder was er da hat. Es ist ja nicht so, dass ich mich entschieden hab, nicht zu arbeiten, sondern ich hab mich entschieden, dass ich nicht für irgendwen arbeite. Ich arbeite ja gern. Ich brauche ja auch die körperliche Betätigung. Du wirst mich nie irgendwo eine Stunde umeinander sitzen sehen. Am liebsten würde ich, wenn nicht alles schon gepflanzt wäre, nur mehr reinpflanzen. Und ich hab halt Jobs gehabt, wo ich mir vorstellen konnte, das kann ich 50 Jahre machen. Ich war einmal in einer Gärtnerei beschäftigt. Wirklich als Hilfsarbeiter. Da hab ich den ganzen Tag nichts anderes getan, als wie ein Blämmelbetteln umgeräumt. Das war für mich Arbeiten. Verstehst? Und mir hat keiner sagen können, dass ich arbeitsschal bin. Das hat mein Vater nicht sagen können. Das hat keiner zu mir sagen können. Niemand. Weil wenn ich wenig Arbeit hab, dann hab ich gearbeitet. Also dann hab ich auch gewusst, für was ich's mach. Aber das, was man halt schlecht hinunterarbeiten versteht, dieser negative Touch von Arbeit. Das wollte ich nicht. Haben Sie die Szene dann bald? Weil ich möchte Putzen aufhören wieder einmal. Sagen Sie mal sich. Du kannst nicht mit dieser Moral, die ich hab, einen Arbeitgeber haben. Einen Chef haben. Da wo du sagst, Alter, lass mich halt erst um die Szene kommen. Verstehst? Weil dann bin ich besser drauf. Das arbeite ich bis um sieben. Oder ich arbeite da bitte so schnell. Nein, da musst du um sieben da sein. Weil da geht's halt los. Und das war halt das, was ich für mich entschieden hab. Dass ich's so nicht machen mag einfach. Ich hab mich nicht entschieden, dass ich nicht da arbeite. Ich hab mich nur entschieden, dass ich nicht da mitarbeite. Das ist okay. Ich sing jetzt noch Lied, weil das bald wieder war das. Und weil ich vorhin so geschimpft hab über ihn. Der hat jetzt aufgepasst, ich sag's euch gleich ehrlich. Lasst's euch nicht verleiten. Bloß weil ich ihnen ein bissel gut reden kann oder so, gell? Der Huber war schon einweil, nicht normal, schon seit's ihn gibt. Der Huber hat schon einweil von der Dummheit anderer gelebt. Aber wurscht, was er auch gesagt hat. Keiner hat was gesagt zu ihm, außer... Ja gut, Huber, das hast du schön gemacht. Aus dir könnte noch was werden. Das muss er hören, der steht da draus. Neben dem Gauweiler, der sitzt. Und dem Hügel an. Müss mal aufpassen, nicht, dass er's mitnimmt. Der Huber hat schon einweil bloß gescheit geredet, schon seit's ihn gibt. Der Huber hat schon einweil bloß sich selbst am meisten geliebt. Er hat die Leute bloß geärgert und verarscht. Nehmt hat was gesagt zu ihm, außer... Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Aus dir könnte noch was werden. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Aus dir könnte noch was werden. Ja, das ist okay. Der Huber hat schon einweil alles so gehydratet, wie er's braucht. An allem, da waren die anderen schuld. Und jeder hat's ihm glaubt. Beim Huber haben's schon einweil bloß Beifall klatscht und gnickt. Ja! Ja! Wir freuen uns, dass's die gibt. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Wir freuen uns, dass's die gibt. Der Huber hat eine Macht gekriegt und den nutzt er jetzt aus. Und von der Dummheit anderer, da lebt der Huber eins aus und braust. Der Huber wird Politiker und überall kann man hören, ja. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Aus dir kann man hören. Ja, Leute, der Huber gründet eine Partei. Plakate hinterauf. Heut sind sie nicht mehr die Juden. Heut heißt's auch sie landen raus. Und weil sie am Huber alle, weil ich schon alles geglaubt hab, will sie gern, ja. Gut, Huber ist so schön gemacht. Aus dir könnte noch was werden. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Aus dir kann man hören. Der Huber sitzt im Bundestag schön braun in Uniform. Und an der Münchner Freiheit. Da sind die Letzten abgeschlachtet worden. Unser Land ist wieder so sauber. Aber die Nazis tun sie reagieren, ja. Ja gut, Huber ist so schön gemacht. Aus dir kann man hören. Ja schön, Huber ist so schön gemacht. Du möchtest unser Führer werden. Und die Moral von der Geschichte, wenn's überhaupt eine gibt. Wer nicht weiß, was er bei ihnen soll, der weiß das, was er ist. Der eine geht, der andere kommt. Faschisten sterben nicht aus. He! Schön, Huber. Ich pfeif auf die alle Nazis raus. Ja schön, Huber. Ich pfeif auf die alle Nazis raus. 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 Sonst tragt man den ganzen Regeln ins Haus. Mir wäre ein Plastikrasen am liebsten, was du vom Gartentürl schon ausziehst. Nichts darf da rumlaufen. Andersrum ist es anders verstanden. Im Haus, wenn's dreckig ist, und du tragst den Regeln in den Garten aus, das ist Wurscht. Verstehst? Aber wenn's dreckig eingetragen, wer tut denn das? Ich sag schon, ab und zu, das ist schon ein bisschen ein Kracher, wie man sagt, gell. Das ist ein Kracher. Man traut sich halt, gell. Das steht ja manchmal in der Zeitung, wenn so Artikel drin sind nach einem Konzert. Man schneidet fast ja nicht nach. Da steht überschrift. Er traut sich das sagen, was sich andere nur denken. Über die Politiker und so, gell. Ich sag, ich meine, vor allem, wenn du heute so richtig mitdenkst, oder mithörst du oder was, wie es heute so geschimpft wird über den oder über den, und wenn du dort bist, dann hörst du nichts mehr. Dann trauen sie sich ja nicht irgendwie. Ich sag ja auch so, wenn mir vor allem etwas nicht passt, sag ich es mir ins Gesicht. Weil das braucht ja nicht von einem anderen her, was mir nicht passt, oder? Über ihm oder irgendwas. Aber so bringt es halt ihr. Er sagt es halt direkt, ne? Ja, man traut sich halt. Ja, das ist ja so. Und der Hansi war damals schon, ja, als Norddeutscher, würde man sagen, schnoddrig, der war nicht direkt frech, sondern einer mit einer schnellen Gurschen. Und wie immer, wenn man drüber lachen kann, findet man es amüsant und sagt, das ist eigentlich ein ganzer, ganzer, wie für's Birscherl, und so war er eigentlich auch immer. Und darum, ich hab damals drüber lachen können, und wenn man drüber lachen kann, ist man nicht beleidigt. Und das hat er auch so angenommen. Aber ich muss dazu sagen, er hat nie, meines Wissens, eine persönliche Beleidigung ausgebracht. Er hätte zu dem nie gesagt, du bist ja was weiß ich was. Sondern er hat sich eher an Institutionen geredet. Da war natürlich der, oder der Oberbürgermeister ist halt da die Person, an der er sich reiben kann. Aber ich glaub gar nicht, dass gegen die Person als solche geht. Ja. Der könnte sicher auch mit dem Garweiler ganz nett bladern. Die werden sich denken, die ganze Woche tut er nichts. Aber das Fernsehen, wenn du da bist, dann tut er so, wie wir arbeiten würden, die Sau, die Faule. Sitzt bloß rum und gewalmt den ganzen Tag. Irgend so ein gestinkertes Zeug. Wir leben da hier unten. Und wenn ich heute mal mit dem Auto rumfahre, wie ein Deppeter, dann sagt halt mein Nachbar mal zu mir, sag mal, du bist ein bisschen blöd geworden oder was. Verstehst? Jetzt sag ich das zu irgendjemandem, weil ich glaub, dass er Mist gebaut hat. Ich bin halt einer, was weiß ich, das liegt halt allein schon an der Sprache, am Sprachgebrauch, an dem wie ich aufgewachsen bin, wo ich herkomme, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, wie mein Vater mit mir geredet hat. Dass ich einmal vielleicht zu einem schnell sage, du, wenn ich heute, ich kenne es doch alle. Verstehst? Also gerade, dass wir nicht Hand geschüttelt haben, wie wir es in der Zeitung gelesen haben, was ich alles über den Gauweiler gesagt habe. Verstehst? Jetzt lass einmal aus der Gegend ein Richter sein. Der sagt, da Hans Söldner wird dazu verurteilt, dass er jeden Monat 4.000 Mark extra kriegt. Dass er sich das noch lang leisten kann, als er am Gauweiler sagt, dass er Lodsch ist. Was singen jetzt? Ein altes Lied. Ein ganz altes Lied singen jetzt. Ein teures Lied. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so viel kostet wie bei uns. Und das ist ein Lied, das habe ich einmal geschrieben für eine Freundin, die habe ich kennengelernt, der Victoriemarkt in Wiener. Und da habe ich dann eine Anzeige gekriegt von dieser Freundin. Und dann habe ich jedes Mal, wenn ich das Lied gesungen habe, also wenn ich den Teil von dem Lied gesungen habe, 2.000 Mark Strafe zu erhalten ist. Und der Teil, der verboten ist, der kommt in dem Lied dreimal vor. Und dann waren bis jetzt mal 6.000 Mark. Jetzt habe ich vorher noch einen Titel gesagt von dem Lied, das war genau dasselbe Teil. Dann waren wir schon bei 8.000 Mark und wenn es am Schluss so ein Rauf geschossen hat, ja, das Lied geheißen. Ha! Da bin ich nicht mehr fertig geworden. Da habe ich ja schon bald ein Kleidergeld angetragen, beim Sozialamt zu stellen müssen. Sonst hätte ich nachher auf die Bühne gehen müssen. Jetzt habe ich meinen Anwalt gesagt, sag mal, ich gebe dir keine Möglichkeit, sagt er, logisch. Da habe ich gesagt, du liest das, was du nicht singen darfst, einfach aus der Aktiv vor. Und alles, was du aus der Aktiv vorliegst, hat er gesagt, ist rein informativ. Ich werde euch jetzt informieren. Ich brauche keinen Richter und keinen Staatsanwalt, der mit dem Dorf oder mit meiner Lebensweise nicht konform läuft, der halt praktisch eine völlig andere Einstellung zum Leben hat, weil ich halt wirklich glaube, dass es reicht, dass ich keinem was glaube, dass ich nicht mit 180 durch den Staat fahre, dass ich keine alte Oma überfalle, dass ich meine Kinder nicht schlage, dass ich meine Frau nicht vergewaltige, dass ich nicht mit dem Hackeln rausgehen wollte und irgendwelche Bäume umschlage, dass ich meinen Ölwechsel nicht mache draus auf der Wiese. Es reicht, finde ich, dass ich mit allen Menschen irgendwo im Einklang lebe. Aber die Gewalt der Sprache, dass ich da einmal ein bisschen gewalttätiger wäre, das müssen sie mir einfach zugestehen. Weil sonst bringe ich mich irgendwann um oder ich lasse halt irgendwann raus und dann kommt irgendein norddeutscher Hampelmann daher da von Hamburg, der mir erzählt, was ich zu irgendjemandem zu sagen habe. Das ist das, was mich einfach ärgert, dass ich halt wirklich in meinem Land von fremden Menschen gerichtet wäre. Und das geht nicht auch. Naja, das ist es halt. Keiner kennt mich und alle richten es. Dann steht in der Akte gleich am Anfang, dass ich gewisse Sachen von meinen Liedern einfach nicht mehr singen darf, weil ich das geistige, seelische und körperliche Wohl von Jugendlichen schädige. Also wenn ich einen heute rausgekriege, dann hält es einen bisschen auf, nicht, dass es wieder heißt, ich habe einen zum Grübel gesungen. Jetzt lese ich euch den Teil vor, den ich nicht mehr singen darf und dann machen wir Pause. Also ich darf praktisch nicht mehr singen von dem Lied. Jetzt mal, wenn ich das singen darf, müssen wir die 2.000 Mark zahlen. Mama zeig den Schützen aus. Schmeiß die in die Uniform. Es sind bei unserer Polizei schon Blöder nouveaux gehoren. Das darf ich nicht mehr singen. Das heißt also auch praktisch der Titel von dem Lied. tipo Mama zeig den Schützen aus. Schmeiß die in die Uniform. Es sind bei unserer Polizei schon Blöderamat works. Und in dem Lied dreimal kommt der Refrain. Mama zeig den Schützen aus. schmeißt die in die Uniform, wir sind bei unserer Polizei schon blöd und nicht was war. Jetzt wenn heute ein Polizist herrinnen sitzt, ja, wenn heute ein Polizist herrinnen sitzt, was ja ab und zu der Fall ist bei mir, und ich freue mich immer, wenn ein paar da sind, dann sind sie weg von der Straße. Da herinnen haben wir es unter Kontrolle. Jetzt wenn heute wirklich ein Polizist herrinnen sitzt, der gerade wieder ermittelt, dann muss er jetzt in seinen Notizblock hineinschreiben. Jetzt, in dem Moment muss er hineinschreiben. Hans Söldner, kündigt das Lied. Mama zieht euch Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform, es sind bei uns in der Polizei schon blöd und nicht was war, aus der Akte an. Wenn es ihr dann singt, Mama zieht euch Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform, es sind bei uns in der Polizei schon blöd und nicht was war. Muss er reinschreiben. Das Publikum singt unaufgefordert, ganz spontan. Mama zieht euch Schürzen aus, schmeißt die in die Uniform, es sind bei uns in der Polizei schon blöd und nicht was war. Habt ihr es jetzt auch? Ja! Also! Das ist der Folkloger von Karl Möck. Es gibt ein paar, ich liebe, der Großteil aber ist Schürch und gerade von einem besonders Schürchen hätte ich ein Strafziell gekriegt. Ich war am Viktualienmarkt, hab's Fuhrer gekauft für den Hund und werde rausgehen, sieg ich ein blöds Gschau in die Uniform. Ich geh zu ihrer Füri und so, hör mal auf, tut mit dem Schmarrn, weil das, was ich beim Metzger war, nicht drei Minuten war, doch zum Verhandeln gar nicht fehl, weil's Gnuschel dort wird zau. Möchtst du mir den Wisch in die Hand geben, die selten dumme Frau? Ja, ja, ja! Möchtst du mir den Wisch in die Schmarrn? Möchtst du mir den Wisch in die Hand geben, die selten dumme Frau? Möchtst du mir den Wisch in die Hand geben, die selten dumme Frau? Das ist nicht so einfach, ich hab nur einfach vorgestellt, dass du einfach nichts tust, was du immer tust, verstehst du aber? Normalerweise tue ich meine Tage nicht zuerst tückeln, verstehst du? Wenn ich mir vornehme, ich tue einen Strauch pflanzen, dann ist das für mich ein Tages- das ist ein ganzer Tag, da steh ich auf, dann tue ich mich schon seelisch damit abfinden, dass ich heute ein Loch graben muss, dann hol ich einen Spaten drauf, dann steh ich einen Spaten dahin, wo das Loch hinkommt, dann geh ich rein, mach ich mir eine Tasse Kaffee, dann geh ich raus, dann grabe ich das Loch, dann geh ich wieder rein, dann machen wir nur mehr eine Tasse Kaffee, dann hol ich einen Strauch von der Gärten rein, dann steh ich einen Strauch neben das Loch hin, so vergeht der Tag, und abends buddelt es dann zu und freu mich, dass ich so viel gemacht hab den ganzen Tag, es ist immer wieder faszinierend, was du so schaffst an einem Tag, gut, und man hat das ein Strauch gepflanzt, das ist ja nicht einfach, verstehst du? Da kannst du nicht einfach ein Loch graben und ein Strauch reinschmeißen, ich meine, so Pflanzen sind da steht, da wächst nix. Du musst ihm einfach wirklich eine Gelegenheit geben, dem Strauch, dass er sich mit dem Loch anfreuen, verstehst du? Irgendwie merkst du dann schon, wenn du die Plätschen hängen lässt, du magst ja nicht rein, dann musst du anders noch mehr ein Loch graben, das geht nicht einmal, verstehst du? So Sträucher haben auch ein Leben, du kannst nicht einfach da ... Das ist bei mir gewesen, gell? Oder war das bitte der Kamerammer da? Hä? Warte, sie? Gibt's nicht, ja. Ich hab doch grad den Garten sauber gemacht, wir kommen dir da hin. Ach so, ja. Meine Jungs haben mal Hunger. Ja, ich hab' einen Schlumpf-Apfel-Geräte. Passt zu ihrem Aussehen. Ja, ich hab' einen Dauchmanns-Geräte. Ich hab' einen Dauchmanns-Geräte. Ich hab' auch mal eine Gelläte, ich bin genau so, gell? Ja, ja. Ich hab' einen Dauchmanns-Geräte. Ja, ja. Ich hab' einen Dauchmanns-Geräte. Ja, ja. So, mach zu. Die Nana ist schon zu Hause rauf. Wie fahr' ich jetzt rauf? Jetzt ist es zwölf, jetzt müssen wir abhauen. Mit deinem Bus, oder wie? Nein, nicht mit meinem Bus, nicht mit meinem Autofahrer. Geh? Zeig deine Schuhe an. Vielleicht hab' ich's an dem Tag falsch verstanden. Vielleicht ist man auch in den falschen Hals reingekommen. Es kann ja alles sein. Was natürlich wieder damit zusammenhängt, dass ich die Titfurt jetzt nicht unbedingt sympathisch finde. Und dann kommt da eh schnell was in den falschen Hals rein. Aber wenn einer sagt, was sind schon zwei Abtreibungen in einem 20 Jahre langen Sexualleben, dann finde ich, dann ist das schon was. In einem 20 Jahre langen Sexualleben. Also. Weil ich meine, ich hab' auch drei Kinder. Was waren davon zwei schon, die nicht da sind? Also ich meine, wenn ich mir jetzt an Robert anschau und an Dustin, dann sag' ich mir, das ist was, was nicht da war. Also ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Frauen, die Abtreibungen haben, aber wenn sich dann schon mal eine drüber unterhält, was sie eigentlich nicht so gern wären, weil es ja doch ein einschneidendes Kapitel in ihrem Leben war, diese Entscheidung zu treffen, dann hat sie sich nie stolz angehört, dass sie sich das getraut haben. Und so sag' ich mir halt irgendwie, das ist genau so eine Entscheidung, wie der Papst sagt, auf der einen Seite Abtreibung bin ich total dagegen, dort hat das die Dittfurt für mich halt auf der anderen Seite sehr extrem gemacht. Und dieses Extrem mag ich halt nicht. Weil die Entscheidung, wenn die Frau Dittfurt trifft, dass sie es nicht auf die Welt bringt, dann ist es ihre Entscheidung, dann braucht sie es nicht ab, als Schreien und Wählerstimmen zu erhaschen von irgendwelchen Frauen, die auch schon abgetrieben haben und sagen, ja endlich eine, die muss uns verstehen, sondern sie soll sich das wirklich für sich behalten, weil ich glaube, dass es schlimm genug ist, dass sie es da müssen. Und dann muss ich halt einfach sagen, wenn alle sowas erzählen, dann steht es genauso, daneben, wie der Papst daneben steht, der sagt, die Pille ist Mord. Das ist mein Sohn, der wird mir meinen Sohn vorstellen, das ist der Robert. Er hat ungefähr die Schädelform von mir, meine Nasen ungefähr da, da ist der Mund, mach mal den Mund auf, da ist der Mund, da kann mir reingelangen so, manchmal beißt er, wenn er hungrig ist, aber sonst ist er ganz normal. Das ist einfach wie ein Kind, wie jetzt andere auch. Wie alle anderen Kinder auch, das ist einfach ein Kind, man muss einfach ein bissel Verständnis für so kleine... Oh mein Gott, das ist schon der Schlag in die Krippe. Au! Jetzt geh ich hin. Magst du auch einen Tee, Robert? Ja. Magst du auch einen Weifers? Ja. Magst du auch einen Weifers? Ich geh sogar so weit in meinem Glauben, dass ich glaub, wenn es auf der Welt irgendwann mal bloß noch geliebte Kinder gibt, dann gibt es auch keinen Geduld mehr. Weil mir braucht kein Vater erzählen, dass er seine Kinder liebt, wenn er gerade einander Vater das schießt. Und wenn ein Papst dieses ungeborene Leben, um das er sich solche Sorgen macht, so viel wert ist, wirklich, wenn ihm das so viel wert ist, einem Papst, unserem Papst, unserem zweiten Chef praktisch, wenn ihm das so viel wert ist, dann finde ich muss er ein bissel was von seinem Reichtum hergeben und den Leuten geben, die kein Geld haben, dass die Kinder anständig aufziehen können. Er war aus Landshut und sein Vater war der Bauer, und er wollte allweil schon in die große Stadt. Und mit einem Walkman von Soni ist er losgezogen, und in seinem Hosen sagt die letzten 15 Mack. Er kommt in Minger an, am Bahnhof an einem Sonntag, da lernt er die Irmgard kennen und die spritzt Heroin. Am selben Tag hat's ihm noch gezeigt, wie man das macht, und 14 Mark ist er die ganze Nacht bei ihr geblieben. Er hat schnell gelernt, wie man sich durchschlacht in der Großstadt. Er sitzt vorm Kaufhof mit einem Hut und bedelt um Geld. Und wenn die Irmgard abends durchgefickt in sein Bett steigt, dann träumen sie Arm in Arm von der großen Welt. Aber die Träume sind schnell ausgeträumt eines Tages, da kommt die Irmgard heim und sagt ihm, dass sie schwanger ist. Und nach einem Schuss und ein paar Scheinen, da hat sich's geschnallt, das Kind muss weg, weil niemand weiß, wer der Vater ist. Und Tag zu Tag wird ihrem Gardierzer ein bisserl dicker, und mit einem Bauch verdienst kein Geld auf der Straße. Aber kein Doktorheft, kein Paragraf, kein Wichter, und für ihren Stoff haben die Bomark grad gelangt. Zehn Monate später kommt in einem Krankenhaus in Schwabing. Einen Monat später kommt auf die Welt zwei Kilo zu leicht. Mit blauen Füßen und rote Augen und auf Entzug. Erstes vom Brotkasten raus, wochenlang bloß Schwein. Ein kleiner Bub ist gewesen, drei Monate, ist er alt geworden. Aber die drei Monate hat er bloß gebädelt, geschrien und gerät. Schnell haben sie ihn getauft, damit die Arme sei eine Ruhe hat. Hey Leute, soll ich was sagen? Der Papst, der hat nichts gehört. Schnell haben sie getauft, damit die Arme sei eine Ruhe hat. Aber der Papst, der hat nichts gehört. Schnell haben sie ihn getauft, damit die Arme sei eine Ruhe hat. Rewe恐ere auf die Brotkasten der 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 Brotkasten. Jetzt wird's schon ein witziges Gespräch, merkst du das? Jetzt wird's schon pumpig. Nein, ich hab auch zur Kirche deswegen kein gutes Verhältnis, weil ich immer gehen hab müssen, wie tausend andere in meinem Alter, mit 8 Jahren, mit 10 Jahren, und der Oma und der Oma fahr in die Kirche, und du musst halt um 7 Jahren mitfahren, weil sich das halt so gehört. Es gibt halt einfach Zeiten in deinem Leben, da kannst du dich nicht wehren. Die gibt's halt einmal, leider Gottes, verstehst du? Und da hab ich halt durch müssen, wie alle anderen auch. Nur ich hab halt dann den Zeitpunkt überrissen, wo ich mich hab wehren können, und ab dem Moment hab ich mich halt auch gewehrt. Und der andere sagt halt Scheiß drauf, es ist mir viel zu viel Ärger. Das ist dann Arbeit für den. Und das war halt das, was ich entschieden hab. Die Arbeit mach ich gern. Ich bin ein gläubiger Mensch, ein durchaus gläubiger Mensch, und ich glaub wirklich an Gott, weil ich glaub halt auch mit dem Glauben, du musst an irgendwas glauben, weil wenn du an nichts glaubst, dann bist du umsonst da einfach. Das ist halt wirklich, und ich bin ein absolut gläubiger Mensch, aber ich glaub halt nicht an den Papst, und der Papst ist halt für mich die Kirche einfach. Und ich geh auch nicht in die Kirche, weil ich komm ja auch mit dem Jesus, oder mit dem Gott, oder mit irgendwem halt mit dieser höheren Macht, kann ich mich auch beim Spazierende unterhalten, verstehst? Oder wenn ich mit dem Motorrad fahr, oder wenn ich... Ich unterhalte mich ständig mit ihm, wenn ich irgendwo einen Baum pflanze, oder wenn ich da einen Weih anleg, oder wenn ich... Das ist meine Unterhaltung mit ihm. Und nicht in die Kirche reinlatschen, und dann einen Arsch aber frieren, und zu Christen mit ihm noch schön umeinander singen, und dann heimgehen, und dann Schweinswürstchen fressen, und dann streiten. Das ist halt nicht für mich. Und was soll ich machen, verstehst? Ich hab ein Stückchen Grund, und mit dem unterhalte ich mich. Und das ist für mich Gott, das ist für mich halt einfach... Mein Glaube, das ist mein Glaube einfach, verstehst? Lieber Uri, dank der Recht, ich bin dabei geworden, und mit dem Häus und... Ha! Scheiss! Ich hab ein guter Dank, der Recht, ich bin dabei geworden, und ich heute für mich bau von furchtbar große Jahren. Stramme Bauer, lass mich gehen, und eine große Bühne, eine Schnase und für mich ein Schnupf, da war gar furchtbar wenig Hühne. Lieber Uri, dank der Recht, du hast mich zum Bayern gemacht, mit dem... Ha! Scheiss! Nein, jetzt hören wir auf. Jetzt machen wir es später. Ich hab keinen Kopf zum Singen. Ich bin aber immer froh, wenn mir das daheim passiert. Stellt euch mal vor, das würde mir am Konzert passieren. Da würden alle solle Sommische stehen halt wieder breit. Nein, es tut mir jetzt wirklich leid. Müssen wir aufhören. Scheisse! Ich hau dir da einfach manchmal nicht hin. Dafür hat das als Erste ganz gut hingehauen. Da haben sie einmal einen ganz hohen Turm gebaut. Den Turm von Babel. Und den haben sie wahnsinnig weit aufgebaut. Weil sie ihn aufwollten zu ihm. Und dann glaube ich, hat er gesagt, jetzt mach ich euch einen Strich durch die Rechnung. Verstehst? Jetzt lass ich das oberste Stockwerk Englisch reden. Das andere Stockwerk redet holländisch. Das dritte redet bayerisch. Das fünfte redet ungarisch. Das sechste redet... Und dann hat der Polio runtergeschrieben. Ey, bring mir mal ein paar Ziergelaufen. Ähm... Hat doch keinen Spaß mehr verstanden. Verstehst? So glaube ich war das. Ja. Hab ich gehört. Und weil ja der Herrgut ein Bayer war, hat er dem obersten Stockwerk... Da hat er gesagt, du redest einmal zuerst so wie ich. Und da waren wir dran. Wir waren immer die, die waren Bayer, die da waren. Ihr kennt ein richtig alt-bayerisches, traditionelles Lied. Da muss man die Einträume verbinden. Das ist hart, das ist ein Ziel. Das hier heißt Ostklappen. Wär der Ostblock nicht im Osten, dann wär der Ostblock jetzt da vorn. Wahrscheinlich heißer der Westblock. Ja, wie soll's sonst zum Ostblock sagen? Dann wär der Westblock jetzt im Süden und der Nordblock wär der drum. Ja und ich, ich wär kein Bayer, nein, saubere ist weil ich war. Ja und ich, ich wär kein Bayer, nein, saubere ist weil ich war. Wenn der Schwertfisch heute kein Schwert hätte, dann wär's kein Schwertfisch, das ist klar. Wenn die Schwulen heute nicht schwul wären, dann wär's doch eh total normal. Wenn die Grauskopferten nicht grauskopfert, dann wär am Gardasee kein See. Ja wo fahren denn dann jede Woche die ganzen Blöden hin? Ja wo fahren denn dann jede Woche die ganzen Blöden hin? Wenn die Deutschen nicht in Deutschland, dann wären die Afrikaner weiß. Dann wären die Bayern wieder Schwarze, ja Afrikaner würd man sein. Dann wär Ruanda gleich hinter Minger und die Isar wär der Nil. Dann hätt ich jetzt sackisch Hunger und kein Mensch wär mir was geben. Dann hätt ich jetzt sackisch Hunger. Waren jetzt Minger nicht in Bayern, sondern Feierangang drumrum. Dann waren die Mingerer jetzt keine Bayern und sie hätten uns Bayern nichts zum sagen. Dann waren die Mingerer jetzt die anderen, ja und die Bayern, das waren wir. Dann würden die Mingerer jetzt auf uns schimpfen und wir würden sie respektieren. Wenn mir nicht wurscht, was mir alles wurscht ist, dann würd ich wahrscheinlich deppert werden. Ja aber wir, wir waren schon immer alles wurscht, sogar noch wurschtiger ist mir geworden. Seid bloß tun sie wurscht, was sie zu sagen haben und die normalen nichts mehr reden. Da gibt's für mich bloß noch zwei Rassen, hey, tun sie wurscht und die Blöden. Da gibt's für mich bloß noch zwei Rassen, hey, Hans Wurscht und die Blöden. Und stellt euch vor, der Tag wird kommen, wo es bloß noch die zwei Rassen gibt. Da werden Hans Wurscht blöd nachher rin, ja und die Blöden rin einfach ein bissel blöd mit. Da sind wir dann da, wo wir zuerst waren, da ist der Nordblock dann da drum. Ja und ich, ich bin kein Bäuer, nein, saubreiß bin ich geworden. Ja und ich, ich bin kein Bäuer, nein, Fischkopf bin ich geworden. Ich war einmal im Trachtenverein, weiß ich nicht, zwei Jahre oder drei Jahre oder fünf Jahre oder sieben Jahre, ich weiß nicht, wie lange das ich drin war. Solange mir mal halt der Hut gepasst hat. Und dann ist der Kopf zu groß geworden. Und bei den anderen ist der Hut drüber gefallen. Das war der Unterschied. Darum, wie das Blöden rauf geht und die anderen Blöden heute noch. Und der Hut hängt gerne in die Augen rein. Weil sie wissen ja, wie sie draufhauen müssen, weil sie runter schauen müssen. Die machen das blind. Hast du schon einmal einen Blöden gesehen, der runter schaut, wo er draufhaut? Er schaut ja wieder gerade aus vier, du verstehst. Er zeigt dir, dass er es kann. Ich habe einmal mitgezählt. Eins, zwei, drei, jetzt wieder rauf. Eins, zwei, drei, jetzt wieder runter. Eins, zwei, drei, jetzt wieder rauf. Eins, zwei, drei. Und beim Blöden musst du auf Musik hören und nicht zählen. Sonst verzählst du dich. Und dann sagst du eins, zwei, drei, vier. Ah, halt. Eins, zwei, eins. Nochmal. Eins, zwei. Und dann fotzen sie die runter. Dann blöden sie die runter. Wir waren auch überrascht, dass ich auf einmal mit der Gitarre und dass ich auf einmal etwas selber spiele. Und wir haben das gar nicht gewusst, dass der Konzert auftritt. Das haben wir am Anfang überhaupt nicht gemacht. Ja, am Anfang war er im Menschenfeld. Da war er im Menschenfeld. Ja, da war er im Menschenfeld. Da hat er wahrscheinlich so, wie sagt man, so eine Gelegenheit. Vielleicht bei Freunden oder irgendwie was. Ich weiß nicht, wie das ist. Da haben wir wieder gewonnen, auch einmal. Er hat sich ganz allein hoch... Der hat sich wirklich, also, von seinen Ideen, nicht? Verrückt. Innerlich denkst du schon, gibt's das auch, gell? Aber, mein Gott. Es ist passiert. Was macht's? Und wenn ich von all diesen Schülern, die ich bisher hatte, eine Prognose hätte geben müssen, wer wird denn mal, ich sag einmal, ein Star? Da wären mit Sicherheit, da wären sie nicht dabei gewesen. Ich versuche immer noch zu glauben, er hat einen Großtreiter oder was. Weil, wenn er das alles selber gemacht hat, was er bringt, das ist gewaltig. Das hätte ihm nicht zugetragen. Das war damals nicht erkennbar. Es war gaudi erkennbar und ein gewisser Witz, aber den auszubauen... Ich kann mich jetzt erinnern, dass ich mich an seine Aufsätze nicht erinnere. Es muss ein Sonntag gewesen sein, ein Tag mit hellem Sonnenschein. Es war ein Glückstag ganz gewiss, als unser Bayerland entstanden ist. Es war ein Glückstag ganz gewiss, als unser Bayerland entstanden ist. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb' ich so sehr. Deine Ampen, deine Parkplätze, deine Parkuhren, dein Tier. Deine Wiesen, deine Wäge, deine Wäge, deine Wäge, deine Wäge, dein Bier. Deine Alpenvereine, dein Trott zur Natur. Und dein Stadtbauamt holt uns alles zu. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb' ich so sehr. Deine Ampen, deine Parkplätze, deine Parkuhren, dein Tier. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb' ich so sehr. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb' ich so sehr. Deine Karlschorner hüttelt einen plattgewalzten Berg. Deine öligen Preisen, alles schimmert und glänzt. Dein Großstadtverkehr und dein Tumseh, der stinkt. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb' ich so sehr. Reichenhall, meine Heimat, dich lieb' ich so sehr. Deine Pfarrer und deine Nonnen, die für'n schönen Huberblätieren. Deine Lederhosen, deine Hosenträger, dein Husten und Spein. Und deine blödblattelten Plattler vom Trachtenverein. Ja, Reichenhall, meine Heimat, was ham's aus dir gemacht? Aus deine Wiesen und deine Wiesen und deine Wälder, wie der Sau ham's die Schlacht. Haben dich aufteilt und hergeschenkt, verrohen und verkauft. Und der Untersberg, Untersberg rehrt jede Nacht. Ja, der Untersberg, Untersberg rehrt jede Nacht. Reichenhall, meine Heimat, was ham's aus dir gemacht? Das hat mir der Herr Brandner gelernt, aus Großgmein. Ich glaub, dass ich so leben kann. Ein anderer, der, sag ich mal so ein Beispiel so. Ein anderer, der geht halt fünf Monate ins Training und trist dann einen Sandsack. Und nur mal ein anderer, der weiß ich nicht, der fotzt halt seine Frau her. Oder weiß ich nicht, was immer, wie es ist, immer ausleben. Ich kann's halt so ausleben, das ist halt meine Art und Weise. wie ich was verarbeiten kann. Und dann gibt's halt Leute, die werden kriminell oder knackener Auto, weil sie irgendwas halt einfach ausleben müssen. Die meisten Kriminellen sind ja nicht gern kriminell. Also ich mein, braucht mir ja keiner erzählen, dass das schön ist, wenn es ständig ärgert. Jeder möchte halt gern seine Ruhe haben. Also ich glaub, das ist das, was der Mensch als Erstes erreichen möchte, das ist, dass er nach getaner Arbeit einfach Ruhe hat. Und das ist bei uns nicht so. Du arbeitest acht Stunden und dann geht's erst richtig auf, dann bist du da unter dem Stress, du musst in die Kneipe, du musst da hin, du musst diesen, verstehst du? Also du kommst eigentlich, aber der Mensch wünscht es immer. Während dem er im Stress ist, Mensch, hätte ich jetzt gern meine Ruhe. Und wenn er sich dann einmal eine Stunde hinsetzen kann, dann sitzt er sich nicht hin, dann sucht er sich irgendwas, wo er keine Ruhe hat. Also ich glaub, dass man das lernen muss auch. Und so schreib ich halt auch Lieder, weil ich mir halt die Ruhe nehme. Ich sitz mich halt dann hin, wenn ich, ein anderer sagt, das mach ich später, das mach ich morgen, das mach ich dann. Ich hab halt einfach, mein Gott, irgendwann einmal hinsetzt, dann hab ich irgendwas aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Und hab halt gerade drei Griffe auf der Gitarre können, und dann ist das erste Lied entstanden. Dann rauch ich jetzt noch schnell einen Schein, damit ich dieser Biefelstein noch ein bisschen mystischer werde. Dann mach ich den einfach mit einem anderen Feeling, gestern mach ich den irgendwie so blutzmässig, dann wird das so Hürzlfraß. Ich hab schon mal als Lehrling und ich wusste, wo er meine Zigaretten hinterher soll, wie ich die gekocht hab. Und du hast den Sinn, gehst du so einen Kükenchef in die Hand, haut er da wo runter. Der Chef schmeißt den aus. Ich glaub, dass ich so ein bisschen mehr mehr essen kann. Und dann sind die Kippen wieder ins Fressen reinkommen, die Leute hat's geschmeckt und grün war. Ich hatte da so ein komisches Zeug drin, das war wirklich fantastisch. Du wirst immer das Beste über dich sagen. Das wird immer dabei sein, dass du, du, ich bin das Nonplusultra, so normalerweise, wenn es alle so leben werden wie ich, dann war auf der ganzen Welt Frieden. Was auch nicht. Verstehst? Weil ich bin nicht, ich mag schon gerne mal Ruhe, aber ich hab auch gerne mal einen Streit und ich hab auch gerne mal was zum Überlegen und ich hab auch gerne mal was zum Lehren und ich hab auch gerne mal was zum Weiß ich nicht jetzt. Verstehst? Das brauchst du ja als Mensch. Also wenn du nur deine Ruhe hast, du brauchst halt dieses gewisse Maß von allem irgendwo. Verstehst? Du bist halt ein Teil von dieser Welt und alles brauchst du ein bisschen von dieser Welt. Du brauchst die Wärme ein bisschen von dieser Welt und die Ketten ein bisschen von dieser Welt, das Wasser ein bisschen von dieser Welt, die Luft ein bisschen von dieser Welt. Du brauchst alles ein bisschen von dieser Welt. Darum glaube ich nicht, dass ich über 40 Jahre für irgendwas geschaffen ist, was ich immer mache, wenn sich immer was ändert da draußen. Nichts schaut nächstes Jahr so aus, wie es dieses Jahr ausschaut. Bloß du musst genau dieselbe Arbeit machen. Das ist doch unnormal. Also da kann ich doch nicht mehr leben. Und da sag ich mir halt dann, also da geh ich halt dann wirklich das Risiko ein, und das Risiko bin ich halt eingegangen, dass ich mit vielleicht, wenn ich das Glück habe, zwei oder drei Konzerte im Monat genauso viel verdiene wie als Mechaniker, vielleicht habe ich 200 Back weniger, aber dann brauche ich mich doch nicht. Verstehst? Dann bin ich halt einfach ich. Dann kann ich halt tun, was ich mag. Dann sage ich okay, am Samstag spiele ich. Und dann besucht doch mit. Und dann bin ich da. Und dann bin ich da. Und dann bin ich da. Tschaui ich da. Das muss ich mal immer. Ja. Kommt so viel umeinander, triffst so viel andere Leid, siehst so viel von der Welt, jetzt seh ich hier und verzeih. Kommt's hinter dein Pfeifferl an, und dann lass mich einmal ziehen. Oh, das ist schon gerade mal, schön, dass ich dich wieder mal seh. Ein Feier hat, wenn sie mich nackt, viel wird angelacht, haben wir angelacht, viel wird angelacht, haben wir angelacht, viel wird angelacht, haben wir angelacht, ich glaub überhaupt, dass jeder Mensch, also die meisten Menschen, die haben halt durch das Haus, irgendwie was nicht leben. Die meisten sind halt in irgendeinem Drusel drin, und da kommen sie halt nicht raus. Ein Schuldenberg, die falsche Frau, die falschen Kinder, das falsche Auto, alles ist falsch, bloß er ist richtig. Und dann denken wir halt irgendwann, müssen wir doch checken, dass vielleicht sollte man sich selber zuerst einmal ändern, bevor mich mal alles andere ändert. Und darum schreibe ich Ihnen. Musik 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 Es wird immer so sein. Es wird nie gewollt. Und dann gibt es Sachen bei meinem Leben, wo du aufpassen musst, du musst checken. Ich bin total davon überzeugt, du musst wachsam sein, das ganze Leben musst wachsam sein. Es kommen Tage für jeden Menschen, du musst einfach bereit sein. Ich bin total überzeugt davon. Du glaubst, dass manche Leute einfach wirklich arbeiten und dann kommt der Tag und dann checkt das ist nicht, dass der Tag da ist und dann arbeiten. Das hängt über andere Autos, über andere Fleischhaufen, die sie gerade zerlegen oder was. Verstehst du das? Dann checkt nicht, dass einer Tag da ist heute. Und weil ich immer ganz wenig gearbeitet habe, habe ich immer viel Zeit gehabt. Ich habe diese Tage immer total gemerkt. Das ist echt wesentlich. Eins. Passt alles. Passt alles. Und diese Situationen gibt es ja immer. Die wird es in 20 Jahren geben. Die wird es in 100 Jahren geben. Die hat es vor 200 Jahren schon gegeben. Verstehst du? Dass immer irgendjemand irgendjemanden gebraucht hat. Dass er seinen Weg findet. Oder dass er ein bisserl reinkommt. Dass er sagt, das könnt ihr auch mal probieren. Oder das macht er gut. Verstehst du? Die hat es immer schon gegeben. Mein Gott. Ich bin halt ein Wanderprediger. Das ist ein Wanderprediger. Ich bin halt ein Wanderprediger. Das ist ganz einfach, hey, schau her, ich mach das vor. Da geh mir einen Schritt, geh mir hintere, aber vier, ich geh mir zwei. Das ist ganz einfach, da schau her, ich mach das vor. Da geh mir einen Schritt, geh mir hintere, aber vier, ich geh mir zwei. Ja, vier, ich geh mir zwei, vier, ich geh mir alle bei zwei. Tue dich nicht täuschen, wenn er sagt, er ist dein Freund. Wenn er alles weiß von dir, kann es leicht passieren, er wird dein größter Feind. Wenn er deine Hand nimmt, dann muss er schon spüren, wer vor ihm steht. Schau, geh mir da an deinen besten Feind und wenn er's ist, schau da nicht weg. Ja, wenn er's ist, schau da nicht weg, hey, wenn er's ist, schau da nicht weg. Das ist ganz einfach, da schau her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter dir, aber vier, ich gehen wir zwei. Ja, vier, ich gehen wir zwei, vier, ich gehen wir alle weit vor. Du dich nicht täuschen, wenn wer sagt, dass er dich mag. Ich blieb dem, der zu dir sagt, dass er dich hast, eine kleine Chance. Und wenn heute ein Nazi neben dir sitzt, red ihn einfach an. Und überzeug ihn, dass er falsch denkt, sonst bist du wie dich da droben. Sonst bist du wie dich da droben, sonst bist du genau wie dich da droben. Ja, genau, ich. Das ist so einfach, schau halt her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter dir, aber vier, ich gehen wir zwei. Ja, vier, ich gehen wir zwei. Vier, ich gehen wir alle weit zwei. Das ist schön, wenn wer sagt, dass er dich braucht. Das haben wir schon so viel gesagt. Und wie sie es uns gehabt haben, haben sie uns bloß missbraucht. Eine schönere Welt, sagen sie alle, weil die gibt es bloß miteinander. Ja, warum seid ihr da nicht herrund bei uns? Jetzt gebt es uns endlich die Hand, hey. Gebt euch alle die Hand, hey, halten wir endlich alle zusammen. Das ist so einfach, schau halt her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter dir, aber vier, ich gehen wir zwei. Das ist so einfach, schau halt her, ich mach das vor. Da gehen wir einen Schritt, gehen wir hinter dir, aber vier, ich gehen wir zwei. Ja, vier, ich gehen wir zwei. Vier, ich gehen wir alle weit zwei. Die Dosis macht's aus. Die Dosis macht's, verstehst du? Wenn es dir eine Überdosis Lehm gibt, verreckst du. Und wenn es dir zu wenig gibt, dann verreckst du auch. Dann musst du genau das Mittelmeister wischen. Und dann musst du es genießen, genau wie das Leben. Das ist so einfach, schau halt her. Das ist so einfach, schau halt her.